Ola Chicos, este es el juego de Trimex. Wurde ich schon wieder gehackt oder was? Letztes wurde ich von einem Russen gehackt, jetzt wurde ich... Was war das? War das von einer Spanierin gehackt? Was ist das? Ich fühle mich nicht mehr sicher, Mann. Das war nicht der Russe, Leute. Die Action oder wo, schön wär's, Dicker. Nina ist das Wochenende nur auf ihrem Pferd geritten, nicht auf mir. Das war sehr, sehr cringe. Aber in Wahrheit. Ich bin vorbeifliegen, Jungs. Lol. Moin. Moin. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Du sie gehst raus an vorn als Deutschland. Das... What? Wie sah das denn aus? Hier. Okay, mir ist noch ein Headshotgeber. Das ist komplett das Move-Wer-Move. Ich bin voll. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Du bist voll. Okay, das ist eine Trimax. Digga, so kann du Drivex spielen, Digga Ne, sah nur so aus, ok What? Er ist der beste Spieler der Welt Mit 10 AP, Digga Was? Was? Alter Er tr- Warum ist der nicht runtergefüllt? Ich will was zu trinken Kein Bock auf die Nachrichten im Chat jetzt Muss los, Digga Upsa Oh, Monka ist Komme ich da drauf, Digga Upsa Oh, ich hab doch gedrückt, Digga Ja, der Win bringt mir eh nix in den Modus Hä? Kannst Monte vieles verdanken, klar Auf jeden Fall Monte hat mich einige Male gehostet Dann alleine mit Monte zu zocken und so weiter Da hat mir bestimmt auch ein bisschen was gebracht Auf Twitch Ähm Dafür hat Monte mir einige Siege zu verdanken Ne, Quatsch Aber Da bin ich auch definitiv sehr dankbar für Hi Hi